Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zu WW2K16, unserem kleinen King of the Ring-Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist natürlich wieder der... ...Revano. Ja, hallo. Und bereit, mich wieder durch einen brennenden Tisch zu prügeln? Sauer, ey. Gestern. Guckt euch das Match von gestern an, falls ihr es verpasst habt. Boah, übelgeil. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was? War dabei. Okay. Gut, da würde ich sagen, drüber war Viereck hier. Drücken wir das. Das ist deiner. Ach, nee, hatte ich den? Nee, der ist doch... Oh, den habe ich auch schon gehabt. Nee, gut, okay. Puch. Habe ich nicht. Habe ich auch schon gehabt. Schon weg. Habe ich auch schon gehabt. Ich glaube, den habe ich ja. Den habe ich nicht. So ein Drecksack. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Sag mir bitte, dass ich den schon raus habe. Ich hoffe, ich habe den... Nee. Hattest du denn noch gesagt? Ich glaube, der ist raus, oder? Jetzt muss ich mal kurz selber schauen. Ich habe einen. Das ist ein schöner... Ach, jetzt weiß ich, ich habe mich vertan. Den hatten wir beim Livestream. Okay. Dann drück mal X. Okay, dann. Drei, zwei, eins. Zeig mal. Warum lachst du? Oh Gott. Latex gegen Bärtchen. Ja, weil der Starter sich fit für mich, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein moderner Clown, würde ich sagen. Ach, Quatsch. Genial ist der Typ. Genauso wie Golddust. Absolut genial, die zwei. Ja, ich fand cool. Ah, Simon Gutsch. Den habe ich noch nie gesehen. Oh, der Tarzan. Ja, den hatte ich doch beim Wild Bumble, oder? Irgendwie so zumindest einen, der so ähnlich aus sah. Hä? Was ist das jetzt los mit dir? Ups. Ups. Okay, komm. X. Ah, ich habe X gedrückt. Was ist los? Komm her. Drück X. Geht nicht mehr, oder? Ne. Wenn er einmal so einen Kack gemacht hat, geht es nicht mehr wahrscheinlich. Ach so, ja. Na gut. Ich wollte eigentlich nur, äh, vier drücken, um die einmal eine so zu verpassen, aber irgendwie ist der gleich gerannt. Ach jo. Aber das ist schon lustig, was ein Stern dazu. Cody Rhodes ist ja Stardust, ne? Aua. Ach so, ich dachte schon, du legst sie jetzt hin. Das sah jetzt echt lustig aus. Woher redt vorbei und trifft mich noch? Ich glaub das hier alles nicht, ey. Das ist eigentlich, das ist schon wieder, das ist schon wieder Stardust-Feeling hier. Guck. Ach komm, du machst auch immer dein Rennen und ich kann den abwehren. Und was macht er jetzt? Bleib einfach stehen. Ich komm. Ups. Guck. Und der Onkel gibt den Ringrichter erstmal ein und der kommt direkt raus. Na klar. Yeah. Kanufbi. Und hier. Direkt dein Moves drauf. Macht der? Was ist das denn? Oh Gott. Liegt das an dem Namen Simon, oder? Ich mach auch so Sprenzkes immer. Scheißen Dreck, ey. Was hat der für Moves drauf, ey? Ach jo. Na klar. Da. Da, Dust. Heißt das eine Sternschweif, oder? Star, was heißt Dust nochmal? Stopp. Sternstaub, ne? Ach so, Sternstaub. Dust oder Nebel, Sternnebel. Ach so. Dust ist ja... Der ist ja richtig Sweet Warriors, oder? Oder? Ist das Nebel? Dust? Ne, Nebel ist da nicht. Nebel ist Fock. Stimmt. Müsste Schweif sein. Ich würd so sagen Sternenschweif. Sternstaub, oder sowas. Ja. Oh, ich kämpfe gegen den Sternstaub, Mann. Oh, ich krieg aber die Hucke voll von dir. Ja, was soll ich jetzt sagen zu meiner Verteidigung, liebe Leute? Klatsch. Das sag ich dazu. Du bist halt ein Herkules, ne? Yeah. Oh, schön ins Gesicht gefällt. Ja. Du bist halt ein Herkules, ne? Hm? Du bist halt ein Herkules. Wer ist ein Herkules? Ich bin Herkules. Du siehst du doch. Oh, Alter. Ja, klar. Siehst du doch. Ja. Aber der Star, der Star, das ist einfach zu wild. Das ist eine Bestie. Oh, das hat wenigstens Steißbein hinten rein. Oder Steißbein? Äh, nicht Steißbein. Wie heißt das nochmal? Ach, Mann. Kommt grad nicht drauf. Ja, bitte. Bandscheibe, meine ich. Da hinten, da, die Gegend. Ach, jo. Starters, kommt überall raus. Denn es ist der Stargast. Kleiner Drecksack. Warte ab, wenn ich irgendwann mal aufstehe. Dann komm ich. Ja. Ach, jo. Oh, du Dreckstack. Ist das schön? Da tut so gut, da tut so gut. Boom. Schöne Geriffe. Und jetzt möchte ich mal bitte... Ja. Traumhaft. Wirklich traumhaft. Der haut wieder ab, natürlich. Starters, Treeling. Erstmal weg. Kaffe ich das? Oder macht der wieder irgendwas? Ah, okay. Schönes Gerät hier. Okay. Mein Finisher. Klappt der? Also Signature. Yeah. Das ist geil mit dieser Superwelle. Find die cool. Welle? Hm? Was ist das für eine Welle? Ja, wenn ich mich so abrolle mit dir. Und dann wieder so über dich drüber rolle. Ich finde, das hat was. Puh. Meinst du jetzt bestimmt pinnen können. Ja, hab ich. Hast du das gemacht. Aber hat nicht geklappt. Obwohl ich Kreis gedrückt hab. Eins. Zwei. Oh, der kommt ja locker raus. Ah gut, du bist ja auch gelb. Ja. Ich hab aber ein paar gute Moves jetzt reingelegt. Das muss ich ja lassen hier, ne? Das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen... Für so einen Simon Gutsch war das schon gut, ne? Ach, jetzt macht der den Scheiße da. Ne, du machst den Scheiß wieder. Naja. Ich hoffe, du hast übelste Schmerzen dadurch und bist total fast bewusstlos deswegen. Ach, jo. Jetzt kommt der Wilde wieder. Der Starter hast. Never will fight the dust. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Oh, schönes Gerät. Ach, nö. Und meiner rastet voll aus. Und er haut dich zu klump. Ah, schade. Hätte ich das... Ich hatte keine Energie dafür. Mit diesem Pin. Ah, ich probier's mal. Meiner ist so schwach. Ja, schwach. Total schwach. Der ist wirklich schwach. Du, ey, Quart, was du erzählst. Ne, der ist... Der hat nicht... Der ist nicht so gut. Ich glaub, das ist kein Profi-Wessler. Ach, oh. Klar, ist das ein Profi-Wessler. Boah, du laberst auch mal den Mist. Nein, das ist ein Freizeit... Teilzeit-Wessler. Ja, und da kommt der Move. Da kommt der Move, Leute. Da ist er. Der Move, der Move ist. Nach vorne oder nach hinten? Wo geht's hin? Ach, jetzt macht er wieder die Übung hier. Boah, das habt ihr direkt... Und er haut wieder ab. Na klar. Ihr kennt es ja alle von ihm. Mein Gott, ja, ist doch in Ordnung. Mein Gott, ich kann da... Egal, welche Richtung ich da drück. Da geht er raus. War doch nur Spaß, Mann. Ich ärgere dich doch damit, weil du immer abbaust. Hä? Schönes Geriff. Magidus ist Delay jetzt schon wieder total auf den Sack. Das Geil ist eine Machine. Ich bin eine Machine, hast du gehört. Sie nannten mich... Sie nannten mich... Kommst du jetzt mal hoch? Oh, Mann, er ist fertig mit der Welt. Du hast ihn... Du hast ihn zerstört. Und der Signature. Yeah! Und direkt der Finisher hinterher. Mal schauen. Ich hoffe, ich gewinne. Ich will den weg haben. Ah, er kommt raus. Er kommt raus. Gibt's ja gar nicht. Nein, Penner! Er kommt überall raus. Der Wahnsinn. Ist aber echt schon krass, was du so drauf hast. Muss ich ja sagen. Dass du da überall rauskommst. Jetzt machen wir's gleich nochmal. Und dann hoffe ich doch, dass du jetzt mal nicht rauskommst. So, mein Freund. Kriegst gleich noch ein Finisher hinterher. Ach, der kommt da überall raus. Gibt's ja gar nicht. Gibt's nicht. Ich bin auf Fett. Ich muss lieg' ich jetzt mal. Oh, yeah. Das ist der ultimative Angriff, was ich hier drauf hab. Und er schmeißt mich raus. Ja. Boah, geil. Oh, oh. Scheiße. Und ich war die ganze Zeit so gut. Aber er hat ja alle meine Finitions geblockt. Der Jack, der kleine Mann. What a move. What a move, sagt er. Kann ich jetzt wieder pinnen, aber ja. One. Two. Ja. Yeah. Ich hab ein Headwake. Drei Mal hintereinander gewonnen. Ich bin so gut. Yeah, ich bin so gut. Komm, das zählt. Ey, wenn das vom Ringseil ist mit Covern, dann kann man schon Aktion bringen, oder? Ist doch okay. Ist doch alles okay. Ich sag da gar nichts. Aber der Starter war ein Clouder. Der Simon Gatsch. Ja, der war halt Simon Gatsch, ne? Ah, herrlich, liebe Leute. Ich hab schon wieder gewonnen. Das war so herrlich. Das ist Wahnsinn. Ja, ja. So. Müsste ich ja Gott sei Dank auf sein mit dir, vom was alle so rausgeklatscht haben. Jetzt bist du froh. Ja, Gott sei Dank. So gefällt mir das. Ja. Ja, liebe Freunde. Ich hoffe, ich war dran, ne? Oder was? Ne, du warst dran. Entschuldigung. Ne, ne. Du. Ich? Echt? Krass. Ne? Ja, stimmt. Ich war. Dann bist du morgen wieder. Ja, ja. Passt. Okay. Mein liebener Freunde. Dann hoffe ich doch, es hat euch wieder richtig Spaß gemacht hier. Meinen Sieg mitzuerleben. Ja, war auf jeden Fall ein gutes Match. War natürlich ein bisschen schwächere. Da merkt man schon den Unterschied zwischen herausragenden Wessler. Aber es kommt ja immer drauf an, wie man spielt. Und der Startup muss ich sagen, er hat ja wirklich sein Bestes gegeben. Ja. Aber okay, ist kein Problem. Wenn du möchtest, kann ich beim nächsten Mal den Controller verkehrt rumnehmen. Damit du deine Chance hast. Aber da bin ich auch. Lacht am besten. Da bin ich, da bin ich auch. Ja, hast ja recht. War nur Spaß. Ne. War mal Glück. Aber kann sich schnell wieder enden, äh, drehen das Blatt. Ihr wisst es ja. Hm. Gut, dann würde ich sagen, schaut mal bei Onkel Gamer Check IP vorbei. Gibt einen Daumen nach oben. Schaut mal auf meinen Kanal, Rivano LP. Guckt nochmal ein paar andere Let's Plays. Wir haben noch jede Menge andere Sachen. Ne, das ist immer gleich, stimmt. Ich hab ja vergessen, Christian reinzuschreiben. Ja, nee, Christian hat das auch gewonnen. Ja, kannst du gleich auch schreiben. Und, äh, schaut doch mal unser Livestream rein. Das würde mich auch sehr freuen. Wir haben Livestream. Da haben wir auch Wrestling gemacht. Mortal Kombat, Call of Duty und Fallout 4 ein bisschen. Aber am meisten WWE. Und, äh, war echt lustig. Da seht ihr uns auch. Und sehr unterhaltsam gewesen. Ja, das war es eigentlich von mir aus. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss. Tschüss.